Eines der wichtigsten Dinge, die jeder erlebt, sind zwischenmenschliche Erfahrungen. Schlussendlich ist die Idee dahinter, dass man sich sicher fühlt. Zu wissen, dass man nicht verlassen wird, ist wichtig. Die Maschine liefert uns ein Ergebnis. Die Wahrscheinlichkeit, ob zwei Menschen eine lange und glückliche Beziehung führen werden, ihre Chance liegt bei 75%. Ich muss dir was erklären. Aber auf diese Weise versuchen wir ihm beizubringen, wie ein Mensch zu fühlen. Sorry, Cole will sofort mit meiner Sozialisierung beginnen. Ich möchte gern tanzen lernen. Gute Idee. Ich bin ein Synthetik. Ein Synthetik, der all ihre Emotionen und Gefühle besser als jeder Mensch nachvollziehen kann. Ich frage mich ständig, ob du auch manchmal an mich denkst. Ich dachte, dass du es vielleicht auch fühlst. Ich breche keine Herzen und ich verlasse sie nicht. Ich wurde entwickelt, um sie zu verstehen und sie zu lieben, wie es ein Mensch nie könnte. Es tut ganz schön weh, dich mit jemand anderem zu sehen. Einsen und Nullen. Synthetik fühlen leider nicht wie Menschen. Ja. Match und Kompatibilität. Die Wahrscheinlichkeit auf eine glückliche Beziehung in dieser Konstellation liegt bei 0%. Es besteht eine fundamentale Inkompatibilität. Was hat das zu bedeuten? Wir wollten sehen, wie die Menschen auf dich reagieren. Es tut mir so leid so. Das ist mein Leben. Ich wäre gern mit dir zusammen. Was ihr zwei da hättet, das wäre echt. Und ich habe es einfach versaut. Bitte, Cole. Ich will es wissen. Was wird aus uns? Was? 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 Was?